Hallo und herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit einem ultraweiten Gaming-Monitor von Asus, der sehr gut für Splitscreen geeignet ist. Seid ihr auf der Suche nach einem derartigen Artikel, dann schaut doch einfach mal in unserer Videobeschreibung vorbei. Wir haben wie immer für euch einen Preisvergleich durchgeführt und zum besten Produkt findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall dort einfach mal hineinschauen denn unter Umständen kann man so den ein oder anderen Euro sparen. Außerdem haben wir die wichtigsten Informationen für euch zusammengestellt und zusammengefasst. Reinschauen lohnt sich also. Der Asus TOF Gaming VG34VQEL1A ist ein beeindruckender Gaming-Monitor, der entwickelt wurde, um Spieler in eine immersive und fesselnde Spielerfahrung einzutauchen. Mit seinem großzügigen 34 Zoll Bildschirm und dem ultrabreiten Seitenverhältnis von 21 zu neuen bietet er ein beeindruckendes Sichtfeld, das das Spielerlebnis auf eine neue Ebene hebt. Der Monitor verfügt über eine hohe QHD-Auslösung von 3440 x 1440 Pixeln, die gestochen scharfe Details und lebendige Farben liefert. Dank der IPS-Technologie werden die Farben aus jedem Blickwinkel konsistent und präzise dargestellt, sodass Spieler keine Kompromisse bei der Bildqualität eingehen müssen. Eine bemerkenswerte Funktion dieses Modells ist die hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die eine flüssige Darstellung der Spiele ermöglicht. Die adaptive Sync-Technologie reduziert außerdem Bildschirmruckeln und Tearing, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten. Mit einer Reaktionszeit von einer Millisekunde können Gamer schnelle Bewegungen ohne störende Schlierenbildung oder Nachzieheffekte genießen. Um das Spielerlebnis weiter zu verbessern, ist der Monitor mit HDR-Unterstützung ausgestattet, was zu einem erweiterten dynamischen Bereich und einer besseren Kontrastdarstellung führt. Dunkle Szenen werden detailliert wiedergegeben, während helle Bereiche lebendig und realistisch erscheinen. Bei unseren Recherchen schauen wir neben den Eigenschaften des Geräts aber auch nach dem Preis. Wir haben das Angebot mit dem besten Preis zu diesem Gaming-Monitor von Asus unterhalb des Videos verlinkt, schaut dort gerne mal vorbei. Der Monitor verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0, um eine flexible Konnektivität mit verschiedenen Geräten zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet der Monitor eine praktische ergonomische Verstellbarkeit, mit der die Benutzer den Bildschirm nach ihren individuellen Vorlieben neigen, drehen und in der Höhe verstellen können. Mit seinem schlanken und modernen Design fügt sich das Modell nahtlos in jedes Gaming-Setup ein und bietet eine immersive visuelle Erfahrung, die Gamer begeistern wird. Egal ob für den E-Sport, Action-Geladespiele oder anspruchsvolle Grafikanwendungen, dieser Monitor liefert eine beeindruckende Leistung und ist ein verlässlicher Begleiter für leidenschaftliche Gamer. Eine weitere bemerkenswerte Funktion dieses Monitors ist der Split-Screen-Modus, der es den Benutzern ermöglicht, den Bildschirm in mehrere Abschnitte zu unterteilen und mehrere Inhalte gleichzeitig anzuzeigen. Diese Funktion ist besonders nützlich für Multitasking oder das gleichzeitig Überwachen von verschiedenen Anwendungen. Mit dem Split-Screen-Modus können Benutzer beispielsweise einen Teil des Bildschirms für das Spielen eines Spiels verwenden, während sie gleichzeitig einen anderen Bereich für das Anzeigen von Livestreams, Chats oder anderen Anwendungen reservieren. Dies ermöglicht ein effizienteres Arbeiten oder Spielen, ohne zwischen verschiedenen Fenstern hin- und herwechseln zu müssen. Der Monitor bietet verschiedene Optionen für die Aufteilung des Bildschirms, einschließlich der Möglichkeit, den Bildschirm in zwei, drei oder sogar vier Abschnitte zu unterteilen. Benutzer können die Größe der einzelnen Abschnitte anpassen und Inhalte zwischen den Bereichen verschieben. Wir hoffen, dass wir euch einige hilfreiche Infos rund um das hier vorgestellte Produkt geben konnten. Falls wir euer Interesse geweckt haben, dann schaut einfach in die Infobox, dort haben wir das aktuell beste Angebot für euch verlinkt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!